So, die Falle ist entschärft. Alle aufstehen. Alle buffen. Gut. Wow, die haben Speed. Drauf. So. Du blitzt mal alle. Und du Eis zapfst sie. Damit ist der Erste schon mal tot. Der ist schon mal gut verletzt. Und deswegen kriegt er noch Steine ins Gesicht. Genau. Genau. Einander Schraub? Okay. Heimer Lyra Beric Stoß den da mal weg Du arcanige Schosse auf ihn Gut, der war weggestoßen kurzzeitig Oh, Lyra Level Up, das ist auch gut Ähm, bereits aktiviert Ne, das bringt dich viel, versteinert ihn mal Hey, niemand sah das, oder? Du gehst nicht anywhere Das ist so, es ist verdammt Sicherheitszauber mal Beric heilen Du Eiszapfen Hey, niemand sah das, oder? Er sagt, wo ist der Zauber? Ja, Raureif Stachel hat verfehlt Gut Lyra Level Up Genau Wille und Magieverteidigung Und Ausdauerverteidigung Dass sie Mal auf neutral ist damit Kritische Treffer im Nahkampf Fügen Der Feind in der Nähe des Ziels Schadens Und das könnten wir gut gebrauchen Das wäre eigentlich auch nicht schlecht Leichte Rüstung Leichten Rüstungsbonus Für sie Also ein Ausweichbonus Besser gesagt Ah, machen wir erstmal hier weiter Nehmen wir erstmal das hier Das sie bei kritischen Treffern Gegnern Schaden zufügt So Wir können hier schon mal öffnen Und uns hier den Weg weiter bahnen Ich sehe eine Brücke Die geschlossen ist Ich sehe wieder so ein Ding zum betätigen Das macht die Brücke auf Irgendwie habe ich das Gefühl Dass die Brücke hinter uns Auch wieder zugehen kann Ja, kannst du mir ruhig sagen Dass du es mir gesagt hast Du siehst einen abgenutzten Verpflichtende Runde In der Wand Die in der Wand In der Wand Im Moment hast du möglich Ein Ziffer umsicht bei dieser Also ich brauche Stimme der Ewigkeit Bei Landtree Da haben wir schon mal Ein bisschen Rast Zeug Wieder mal Freunde Für uns Da oben Und eine dicke Falle Käse, Wasser und Turmmaterialien Oh Gott Ach du meine Güte Das hier ist auch nicht schön Das hier ist auch nicht schön Das hier sieht nicht schön aus Und das hier sieht Fast genauso wenig schön aus Ja, wieder die Selbe Phase wie immer Sie kann halt das noch nicht benutzen Jetzt kann er sie es benutzen Jetzt sollte sie es benutzen Und du benutzt das Du benutzt das Okay, Lyra kriegt ordentlich Jetzt auf den Deckel Warum werden gerade meine Befehle Nicht richtig angenommen Das war jetzt gerade komisch Dass meine Befehle Nicht richtig angenommen Wurden Okay Nochmal das Ganze Oder die Geister können leben Nein, alle auf das Vieh Berwick Taunte es Du bist Du bist kälteaffin Also kriegst du Felsen ins Gesicht Okay Ich glaube ich musste erst Die Bombenviecher loswerden Weil die hier Die haben irgendwie Ausdauerverteidigung Paragieren Und auch Sehr hohes Ausweichen Oh Mann Beeinträchtigung Vereinträchtigung Versteinert Die alternative ist Da die anderen Schemen Sehr langsam sind Erst einmal Die Was wegzulocken Das wäre auch eine Möglichkeit So Au Sie sind alle recht langsam Das macht es nicht besser Und sie mögen jetzt mich nicht mehr Das ist auch nicht gut Ich glaube da hilft wirklich nur Weg Äh Angreifen Und fliehen Taktik Also ein bisschen Schaden machen Und wieder raus So Und Nutsch Okay 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 Der ist schnell Jetzt Au Gut Das heißt Ich bombardiere mal Den da hinten mit Magie Barak Taunt ein bisschen Ich habe es Ah Ah Blöde aus Du kleine Scheiße Ah 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 Das hat so Schmerzt Ah 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 Oh, der nimmt, er nimmt Damage. Du, halb Barrick. Du kannst das wieder ruhig wegbomben. Du versteinert den Hauf. Ja, Lurama heilen. Nürra ist zu stark angeschlagen, also ziehen wir Nürra mal. Oh, sie hat schon. Oh, Barrick ist auch nicht mehr ganz gesund. Was ist auf Lurama? Das Strahl der Fäulen ist. Oh, ich sehe ein sehr viel Brot. Barrick taunte das Ding mal. Nürra versuch's mal zu versteinern. Ich gehe runter. Hey, niemand hat das gesehen, oder? Blitzt das Vieh mal, dass es beschwächt ist. Und da müssen wir immer weitermachen. Bis es tot ist. Sehr gut. Helfen wir mal etwas beim Hochheilen. Right. Barrick hat schon fast Level ab. Will do. Ah, Lurama, du kannst wieder auf Nahkampfwaffen umswitchen. Versuchen wir das Ding mal zu versteinern. Während wir es mit Fehl's Brocken beschießen. Ah!